Ah, du bist es nur, komm rein. Hey. Setz dich mal. Morich. Äh, wie heißt du nochmal? Äh, Kevin. Aha. Kann ich auch Kev sagen? Ja, Kevin wären wir lieber. Aha. Okay, Kev, willst du was trinken? Äh, keine Sorge, ich hab da was Gutes für dich. Lass es nicht schmecken. Danke. Kein Problem. Schmeckt irgendwie komisch. So dickfüßig. Echt? Komisch. Ja. Eine neue Sorte? Ja, das ist eine neue Sorte. Aber aus der selben Packung? Ein Witz zur Feier des Tages. Wieso können Frauen so schlecht furzen? Weil sie den Mund nicht lang genug halten können, um die nötigen Bock aufzumachen. Ich hab halt was zu essen gemacht, willst du auch was haben? Ja, gerne. Aha. Einen Moment, bitte. Essen ist fertig. Essen ist fertig. Hey. Essen ist was? Äh, nein, nein, nichts. Danke. Ich dachte schon. Guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Ich bin echt satt. Wie sieht's mit dir aus? Ja, Mann, ich hau. Das war echt lecker, Mann. Kein Ding. Irgendwie hab ich Lust auf einen Film. Ja, was hast du denn für welche? Du kannst entscheiden. Horror, Fantasy oder Thriller. Ich wär für einen Horrorfilm. Hab ich doch nicht. Vielleicht ein Fantasy-Film? Okay, Thriller. Also, stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Kevin. Kev. Ja, Leute, ich bin Kevin. Ä.k.a. Kev. Nein. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß mit Danny hier die Dreharbeiten zu machen. Ich kenn Danny schon sehr lange. Und deswegen bin ich jetzt erstmal beim Video dabei. War eine geile Zusammenarbeit. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aha. Aber was geht, Leute? Mein Name ist Danny B-B-B-Bernich. Und ja, erstmal danke, dass ihr das Video zu Andy geschaut habt. Und ja, die Derweiten sind zu Ende. Ich fühl mich mal cool, wenn ich das sage muss. Und ja, danke an den Kevin, dass er mitgemacht hat. Es ist immer besser, als wenn ich mich klone. Nein, Spaß. Ich clone mich natürlich nicht. Ich hab ein zweites Licht. Ey, ich hab Susi vorhin gesehen. Top Giselle. Aber verrat das nicht. Sie hat schon mit meinen Abonnenten geflirtet. Ich hab das gesehen. Also Susi, wenn du das siehst. Naja, auf jeden Fall. Es würde uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lässt. Weil ich glaube, wie lange haben wir gearbeitet? Fünf, sechs Stunden bestimmt. Und ja, das Video auf sozialen Netzwerken wie You Just Teilt. Und mein Kanal abonniert für besseren Sex. Ganz wichtig. Und dann sage ich nur noch drei, zwei, eins. Ciao. Wenn wir Arm drücken machen. Einmal. Aber ich bin nicht. Das geht nicht. Das geht nicht mit mir. So. Scheiß links. Links machen. Einmal mit rechts. Einmal mit rechts. Einmal mit rechts. Nein. Wie nehmen wir auch noch auf? Das war auch komisch, weil ich hab das zu mir gezogen. Das war richtig. Ja, das war richtig. Okay, gut. Bereit? Ja. Okay, gut. Das war ein Händler. Vorher habe ich alles aufgenommen. Gar nicht. Mich? Ich bin halt schwächer als der Dany. Was soll man machen?